Hier, Medikit! Medikit. Ich hab's gehört. Ja, hier sind die fliegenden Viecher, wir. Oh, hier ist ein Goldener. Haben wir den erwischt? Ja. Wenn du einen glitzern siehst, der hat immer was bei sich. Ich hab's grad gesehen, wo sie ziemlich dicht war, der Ende da geglitzert hat, der hat immer was verhalten gelassen. Der bewegt sich doch noch hier. Ey, wo sind die an dem Vögel? Das waren sie. Entweder kommen sie noch, oder das war's. Ey, du, dein Mod ist ziemlich geil, so brauchst du nie wieder Munition kaufen. Das einzige, was ist, das ist Granaten. Ja, das ist doch nicht so schlimm, die drei Stück immer. So, tun wir mal gucken. Die lädt sich doch von alleine auf. Warte, das geht so. Du musst in deiner Nähe bleiben, oder? Wie ist das? Nein, du kannst... Ich weiß es nicht. Du kannst doch woanders sein. Ich kann ja auch vorn rausrennen, wenn wir's da sehen. Du, deswegen bin ich ja vor uns weggerannt, um zu gucken. Ach, der ist dort vorne. Da kommt noch einer um die Ecke gleich. Da kommt noch einer um die Ecke. Da kommt noch einer um die Ecke. Ich hab'n Medikit gefunden. Ich hab'n Medikit gefunden. Was sind das denn? Da sind Klinger, die immer suchen. Ach, Klassenmutz, sag' ich. Ja, schon wieder einen Rumpquicken, ja. Das kann doch bloß einer sein. Hinter dir, Dirk. Was ist der, Dirk? Dirk, hinter dir. Was? Oh, der fette. Ich bin hier durchgeflogen. Dirk, ich hab'n Kleine. Ja, ich muss zu euch wieder hoch. Ich bin wie dir. Ich bin durchgefallen. Ich auch. Hier hinten rum. Hier hinten rum. Ich hab was gefunden. Hab was gefunden. Hier ist Munition. Ja, Dirk, komm gleich. Wir kommen hier raus, durchs Fenster, toll. Wo denn? Hier. Das brauchen wir bloß noch das Visier. Äh, ich versuch mal hier oben zu gucken. Das sieht mir eher aus wie unten. Ne, hier sind wir zu weit, oder? Muss ja hier irgendwo sein, oder? Ja? Waffenstrang, äh... Oh! Dirk, das wär was für dich. Das ist ein, äh... Wer ist schon hier? Raketenwerfer. Mit 478 Schaden. Ich hab'n Problem. Ja, haste. Hier rein, dort drin liegt's. Was hast du schon für ein Problem? Ich bin runter. Ist doch nicht so schlimm, kommst du wieder hoch. Ja. Ist das, ist das, ist das Ziel, dieses, die Markierung, wo wir hin müssen, oder ist das Ziel? Ne, das ist nur ne grobe Anzeige, wo es sein könnte. Und da drüben sind Kisten, also... Meinst du? Auch grad mal hier drüben. Ja genau, und dort... Meinst du das? Das Haus dort oben, da oben ist ein Haus. Ne, ich meinte jetzt Svenne. Meinst du wirklich, dass es bloß so ne grobe Markierung ist? Ja klar. Es wär's zu einfach, da ich hier mal. Meinst du... Ne unbedingt, oder? Dort oben das Haus. Ja, ich überleg bloß, wie ich dort hochkommen könnte. Ich hab's. Ah, hast du? Ja. Ach doch, dort oben. Dort war ich aber auch, ich hab dort nichts gesehen. Ja, war ich. Ah, ich hab's halt mal hingelegt. Ja, hast genau mal wieder hingelegt. Wie komm ich denn jetzt zu? Ja, wir kommen eigentlich zu dir gerade, würd ich sagen. Wir müssen zu unseren Fahrzeugen, oder haben wir noch ne Kress hier in der Gegend? Hier ist doch gleich das Auto... Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ist das auch hier? Sind wir in den Badlands? Ja, das ist gleich in der Nähe. Erre Badlands? Ja, das ist hier in der Nähe. Richtung Süden. Dann lass mich mal kurz zurückkommen. Ach, kurzen Werb machen hier runter. Das überlebt, Mann. Ach klar. Muss was gekonnt anstellen. Ach, das überlebst du auch so. Hier ist doch die Autostation. Siehst doch, wie du gesagt hast, gleich in der Nähe. 500 Kilometer unter uns. Aber in der Nähe. Was ist das? Was ist das? Kannst du losgehen? Fahr weiter, Bruder. Ja. Ist das weit weg? Sonst suche ich... Wir haben noch zwei andere zur Auswahl. Sonst nenn mal die nächste. Was näher ist. Hey, ist gleich... Sind gleich da. Wo schießt denn du hin? Ich muss ihn mal ein bisschen anschieben, helfe den Kumpel. Nein, Juppa! Du kannst es doch wieder umdrehen, Sven, Dirk. Lautkarte müssten wir jetzt eigentlich hier sein. Okay, dann steigen wir mal aus. Mal umschauen. Was suchen wir? Ja. Dirk geht schon wieder klauen, das kann die Wahrsein. Ja, sagst du mal hier, richtig, oder was? Ja, wir müssen hier irgendwie hin. Ah, guck mal, es geht runter. Da ist ne Kiste. Ich hab's gefunden. Ich hab gerade... Ich auch. Warte mal kurz. Handfeuerwaffen wieder. Warte mal. Schock... Feuer... Du wolltest doch Schock haben. Ja, ich würde Schock nehmen hier, die erste. Dann nimm. Hier ist so ein Waffenladen. Coole Sache. Wo wäre jetzt die nächste Crash denn? Moment mal. Ey, du hast ne Waffe hier drinne, 64 Schaden. Mit wem wärst du? Du? Aber er hat wohl 6,6 Magazingröße. Ja, das ist nüch. Ah, okay. Bist du nur am Nachladen. Aber ich hatte ne Maschinenwaffe mit 24 Schaden und 36 Schuss. Aber brauchst du nie, oder? Ne. Ach, das ist doch alles. Arsch. Ich hab deine Frisur gelegt. Ich hab deine Frisur gelegt. Siehst du, siehst perfekt aus. Hast keine Haare mehr, aber siehst perfekt aus. Verkohlt alles. Zigarrenkisten soll versuchen? Warte mal. Inventar... Die wird draußen im Auto. CMK... Wir können das... Guck dir mal auf die Karte. Was ist denn jetzt näher? Von hier aus? Das? Ich weiss das nicht. Warte, ich sag ich dir gleich mal. Ich muss erst mal einsteigen. Ja, dann krieg ich das. Warte, ne. Okay, hab ich. Und was hast du? Welche noch? Ich habe vier zur Auswahl. Das? Mhm. Das? Warte. Ich höre ich fahren. Ne, ich steh noch. Ich fahre noch. Okay, die ist am weitesten. Mache mal die dritte nochmal. Genau, die. Danach die zweite. Danach die erste. Und dann das... Genau. Gut, dann machen wir das. Also zuerst das hier, ja? Ja, genau. Okay. Wo seid ihr? Brauchst nicht, warte. Wo bist denn du? Ah, da bist du selber, Schild. Ich kann das nicht mal umdrehen, ne? Ja, danke. Äh, ja jetzt, gut. Du darfst. Du kannst. Dirk, hinten dranbleiben. Ja. Längsig, oder? Ne, oder? Ich weiß es nicht. Ey, das hat 1000 XP gebracht, das Klemmelvieh. Bestimmt, weil du während der Fahrt hier geschossen, getroffen hast. Möglich. So, jetzt muss jetzt irgendwo rechts reingehen. Könnte hier sein sogar. Ne, hier, raus. Hier ist Munition für Dirk. Ich will hier reingehen. Zombies. Aliens. Echt? Mutanten. Ne, das ist das falsche Spiel jetzt. Schnell lieber rüberrennen, bevor alles einstürzt. Erstmal das Ding aktivieren, genau. Hier gibt's wieder Waffen, Moniteuren und bla bla bla. Gibt's nix interessantes. Oh, hier gibt's aber ne 28MG, also du wirst schon mit Blitz schon. SMG. SMG, genau. Oh, hier gibt's aber ne schöne Handfeuerwaffe. Was gibt's denn an Schilden eigentlich vor dem Morgen? Kauf dir ein Erste-Hilfe-Kit, du wirst es nicht bereuen. Ich will dir werden immer schlechter, ich weiß nicht. Wir laufen rückwärts, wa? No. Ja. Wir müssen aber zusammen reinkommen. Was ist denn das hier? Guck mal. Nein. Bandito. Und was abliefern sollen wir machen? Das ist ne Arena hier. Wollen wir in die Arena reingehen? Vielleicht werden wir gleich abgeschlachtet. Red mal mit denen. Und was ist mit abliefern hier? Ähm. Hier unten oder oben? Abgeliefert. Schaum, Todeskreis. Nein, Runde 1 kommt rein. Los. Was? Nie erleden lassen, wie ich. Wie, Runde 1? Bei mir steht keine Runde 1. Ich glaub, wir müssen ja eine Runde 1 erleben. Hier. Weg. Wo ist wer? Geht's weiter? Geht's weiter? Vorne. Will aber keiner raus. Ey. Und die Enz haben wir geschafft. Kleine, warte. Weiter. Ja, mach mal Runde. Wo müssen wir dafür hin? Hier drinnen oder so. Da, wo du bist. Ne Waffe. Da drüben, von rechts. Ich liebe dieses verdammte Ding. Komm in den Kreis. Komm in den Stiefelkreis. Mach sie alle fertig. Tolles Gerät. Ja, ich mag es. Ähm. Ne Frage. Ja. Wie oft nacheinander kannst du das Ding benutzen? Es muss immer wieder aufgeladen werden. Das kann... Ne Minute. Ne. Ich weiß nicht, wie lange das Aufladezeit... Ich hab sowieso einen Skillpunkt, den ich noch vergeben muss. Vielleicht kann ich da mal gucken, ob ich da mal... Wunde 3... Warte. Was warnt das? Es hat die Aufladerate deiner Schilde. Das ist so schön. Ja. Du leuchtest im... Schein. Das ist keine Feuers. Ne, Pistole aber gut. Ich schau mal. Ja, ich spür's? Ne, das ist Revolver. Nicht Pistole. Das war besser als Kriegsverkehr. Ich hab ein Schockakt, defakt. Warum nimmst du es nicht? Weil ich das anders schon hab. Äh, Steiratregel. Okay. Du hast ne Hasenfoto um dich drum. No, hab ich auch schon gesagt. Wann? Das mach ich Schock... Wo du Gassigängen warst, hab ich ihm das gesagt, dass er die Brote herum hat. Das kann ich beim Box Schockschaden machen. Cool. Äh, sag mal. Musst du das immer wieder kaufen hier, oder was? Was? Was kaufen? Ach so, das musst du abgeben. Finale, kommt rein. Finale mach. Jetzt machen wir mal ja. Mein Ding ist gleich soweit. Ach so. Jetzt stell ich wieder hier mit dich hin. Also wo ich bin. Ja, ich, 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 ich weiss dieses Mal. Granaten. Wo kommen den? Das war's? Nee. Also wenn's ernst wird, mein Ding ist schon aufgeladen. Also wenn's ernst wird, mein Ding ist schon aufgeladen. Musik Das war's. Aber ich glaube lustig. -